Ha, diesmal bin ich bereits vor Anna aufgestanden und Start, klar. Die Herberge ist noch zu und draußen ist es noch stockdunkel. Ich genieße also gemütlich meinen Kaffee und ein paar Kekse, bevor wir loslaufen können. Die Luft draußen ist kühl und trocken und schon nach wenigen Metern melden sich meine Nebenhöhlen zu Wort. Jeder Atemzug brennt in der Nase wie Feuer. Andererseits ist es zu kalt, um durch den Mund zu atmen. Ich halte mir also ein Tempotaschentuch vors Gesicht. Die etwas feuchtere Luft, die sich darunter sammelt, bringt eine Linderung. Die Stimmung ist aber bereits im Eimer. Der Weg führt heute die meiste Zeit die Hauptstraße entlang und zwar zuerst kilometrelack übers Asphalt und dann auf einem Sandpfad, der von beiden Seiten von Büschen zugewachsen ist, dass man gerade mal so durchpasst. Ich lasse die Anna vorlaufen und latsche vor mich hin, voll Wut auf die Welt, auf den Jakobsweg, auf meine Nebenhöhlen, auf die Sonne, die auf dem Jakobsweg immer von der einen selben Seite brennt, zuerst von hinten und dann um die Mittagszeit von links. Nein, diese Etappe will ich gar nicht festhalten. Diese 28 Kilometer will ich einfach nur vergessen. Man sagt über den Camino, dass dieser Weg jeden irgendwann zum Weinen bringt. Ob damit allerdings meine heutigen Qualen gemeint sind, wage ich zu bezweifeln. In Hospital de Obigo angekommen, sollte ich eigentlich die berühmte Brücke Puente Passo Honroso bewundern. Das geht heute aber absolut nicht. Die Brücke besteht nämlich aus Steinen. Sie ist nicht gepflastert, sie besteht aus Steinen, unterschiedlichen Formen, die sich für meine geschundene Füße wie Glasscherben anfühlen, obwohl ich natürlich Schuhe anhabe. Jetzt habe ich auch noch Wut auf die Brücke. Ich stelle einen Fuß vor den anderen und bemühe mich nicht jedes Mal aufzuschreien. Die Seiten der Brücke sind übrigens durch Gerüste und Netze verhüllt. Ich verpasse also eigentlich überhaupt nichts. In der Ortschaft selbst besteht der Fußgängerweg zum Glück aus flachen Granitplatten. Ich schaffe es letztendlich zu der Alberge Parroquial, vor der die Anna bereits auf mich wartet. Ich bekomme meinen Stempel und ein Bett. Das Alberge besteht aus einem Hauptgebäude mit Innenhof und einem zusätzlichen Flügel, der in den Garten ragt, wo sie weitere Schlafräume befinden. An einem der Deckenbalken steht der Spruch Der Tourist verlangt, der Pilger ist dankbar. Heute klappt es mit der Dankbarkeit bei mir nicht so richtig. Obwohl doch, ich bin dankbar, es irgendwie hierher geschafft zu haben und die Schuhe es los zu sein. Selbst ohne Einlagen stößen meine Füße bei dieser Kilometerzahl an ihre Grenzen. Das Laufen ist für heute allerdings noch nicht vorbei. Ich brauche dringend eine Apotheke. Die ist zum Glück nur 300 Meter entfernt. Die Spanier benutzen für nasse Nebenhüllenentzündung laut Wikipedia das lateinische Wort sinusitis. Mit diesem Erkenntnis bin ich bereits für meine Mission. Die nette Dame in der Apotheke gibt mir gleich eine Packung Schleimlöse als Pulver. Hätte ich bloß auch noch das Wort Nasentropfen nachgeschlagen. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als ihm mit einer Geste verständlich zu machen, was ich eigentlich brauche. Sie versteht mich auf Anhieb und ich bekomme auch noch Nasenspray dazu. Das Pulverchen nehme ich übrigens auch mit. Neben der Apotheke gibt es auch noch ein Geschäft und da heute der Geburtstag von meinem Vater ist, kaufe ich mir gleich ein paar Donuts und ein Bier. Vor dem Einschlafen fällt mir noch ein Werberspruch für den Jakobsweg. Camino Connecting People Vor dem Einschlafen